Liebe Grüße aus Berlin. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Voice of Germany 2016 Lara Vlog. Ihr habt es wahrscheinlich gesehen im Fernsehen, sie ist nicht weitergekommen. Da ich die ganze Zeit im Publikum saß, konnte ich natürlich nicht mitfilmen, aber ich will euch nicht vorenthalten, wie es uns danach erging. Es regnet in Berlin, ich fühle mich kürze nass. Und warum regnet es in Berlin? Weil der Himmel weint. Weil der Himmel weint, weil die Lara nicht weitergelassen ist. Das waren sehr, sehr starke Konkurrenten, aber ich verstehe eine Sache nicht. Also ich fand da schon einige Stimmen. Ganz klar. So, hier sind Teilnehmer vom letzten Jahr, was sagt ihr denn dazu? Ich habe tierischen Achselschweiß, mein Arsch brennt vom Sitzen, klatschen kann ich ohne mehr. Also schön, erzähl lohnt es mir. Boah, das ist doch eine nette Zusammenfassung. Die wollten meine Gitarre nicht rausrücken, als wollten sie meine Gitarre aber halten hier. Also die Leute sind echt toll, die kannst du arbeiten. Okay, du hast genug gesammelt. Tschüssi. Tschüss. Da kommt dein Pferd. Ja, und du so? Lara war gut, ne? Oh, die war so schön. Ja, und schön, schön auch. Dein Statement dazu? Mein Statement ist, Gnichel ist der real shit. Eigentlich müsste du Gnichel da oben auf was... Du sollst von Lara reden. Ja, das ist Lara. Lara war wunderschön. Aber egal, wir sind auch in den Knockouts rausgeflogen. Dann habe ich wenigstens kein schlechtes gewissen. Lara, Lara, I love you. Du bist viel talentierter als alle an uns zusammen. Und das sind viele. Fuck them. Fuck them. Bam. Meine Hände tun mir weh vor lauter Klatschen, mein Publikum zu sein. Ganz neue Erfahrungen. Viel anstrengender als auf der Bühne. Viel, viel anstrengender. Ich muss einmal kurz diese Truppe hier festhalten. Die Truppe ist echt toll. So, das ist die Truppe. So, jetzt mussten wir raus in den Regen. Also, ich denke mal, man wird es im Fernsehen nicht gehört haben, aber als Ruth weg von ihrem Platz da musste, da haben unsere ganze Gruppe so... Waaaaaas? So, wirklich so... Hä? Ja, das ist echt sinnvoll. Haben wir alle voll nicht verstanden? Da, da, da. Willst du noch was sagen? Willst du noch sagen? Hallo YouTube. Der Typ ist cool hinter der Kamera. Und wir sehen uns vielleicht irgendwann. Liebe Grüße aus Berlin. Sag ich was zu Lara. Ja. Du hattest ja keine Entscheidungsmöglichkeit. Ich war nicht dabei. Nein, leider nicht. Das war alles out of my hand. Liebe Grüße. Bis dann. Schönen Abend noch. So, hier haben wir weitere Talente, die leider nicht heute weitergekommen sind, aber trotzdem tolle Talente sind. Muss man ja mal so sagen. Muss man so sagen. Hammer ey. 17 Jahre, ich dachte echt, wow. Also mega professionell. Danke schön. Wirklich sehr professionell. Aber erst 17. Ich habe gedacht, du machst das irgendwie zum ersten Mal, habe ich gesagt. Ich mache es doch nicht zum ersten Mal. Ich habe schon oft Auftritte gehabt. Wie, aber doch noch nicht so lange, oder? Ja, von klein auf habe ich angefangen. Also doch schon als Kind. Aha. Ja. Aber wirklich sehr gut. Dankeschön. Ähm, genau. Sag doch mal kurz deinen Namen. Florentina Krasvici. So findet man dich. Auch auf Instagram? Auf Instagram, auf Facebook, überall. Nee, aber die sprechen immer so. Wir schwingen die Schnarren schief, ne? Über wen reden sie? Über Florentina. Über euch beiden. Ich bin bei Christina und mich, ihre Schwester. Also wir reden anscheinend so, sch, 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 wir kommen aus Mannheim. Singst du auch? Ja. Ja? Oh. Wollen wir mal Dreads singen? Wir sind bei Voice of Germany. So, hier wird erst mal getröstet. Oh, Glückwunsch. Stimmt, werte ich mal. Glückwunsch. Glückwunsch. Lara. Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, jetzt erst mal groben zu singen. Yeah. Yeah. Kommi, Cousin. Hey, du hängst bei mir. Ich häng voll an ihm. Ey, du hängst voll an ihm. Seit dem ersten Tage hänge ich an ihm. Ja, das ist der Beweis. So, liebe Leute, das bedeutet, dass das quasi der letzte Vlog war. Von mir zumindest, von Voice of Germany. Und es wird auf jeden Fall irgendwie noch weitergehen. Und ja, von Lara könnt ihr auf ihrem YouTube-Kanal immer weitersehen, was passiert, ne? Ja. Und vielleicht auch auf Nein. Und die kann auch gut singen mit ihrem Trio, seid ihr, ne? Ja, die sind Trio. Da habe ich letztes Mal leider die Kamera zu spät angehabt. Aber bis dann, Leute. Rock'n roll. Rock'n roll.